Olbi war eine antike Stadt. Ihre Reste liegen bei Parotin in der Oblast Mykolajiv, Ukraine. Olbi an der Mündung des Bug an der Grenze zum antiken Dakin gilt als eine der jönischen Stadtgründungen am Schwarzen Meer. Die griechische Kolonie wurde von Mile aus 633 v. CHR gegründet. Hier sollen Griechen, Sküten und Samaten zusammengelebt haben. Geschichte Herodot erwähnt eine Karawanenstraße von Olbi nach Innerasien. Auch eine der Bernsteinstraßen, die Route der Griechen, die vom Sammland bis nach Griechenland führte, berührte Olbi und dürfte maßgeblich zu dem von Herodot beschriebenen Reichtum dieser Stadt beigetragen haben. Nach Herodot nannten sich die Sküten nördlich und westlich des Schwarzen Meeres Olbioniten. Im vierten vorkristlichen Jahrhundert setzten sich die Städte Olbi und Mile gemeinsam gegen die Truppen des von General Zorpion befehligten Heeres Alexander des Großen zur Wehr. Gegen Ende des dritten vorkristlichen Jahrhundert setzte ein wirtschaftlicher Niedergang der Stadt ein, die sich schließlich König Schilorus von Skythien unterwarf. Der Ort blühte unter Mitri de Zöpator noch einmal auf. Unter der Herrschaft der Geten zur Zeit des Königs Borebister kam es aber schließlich zu einem jenen Ende dieser antiken Stadt. Unter der Herrschaft Roms wurden Teile Olbias wieder aufgebaut. Dion von Prusa besuchte die Stadt, die er nachdem dort in das Schwarze Meer mündenden Fluss als Boristhenic disfers bezeichnete. Die der römischen Provinz Möseer angehörende Stadt wurde vermutlich im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aufgegeben, nachdem sie im Zuge der sogenannten Gotenkriege zweimal niedergebrannt wurde. Ausgrabungen Das Areal, in dem die Reste der antiken Stadt Olbiel liegen, befand sich bis 1902 im Eigentum der Grafen Moussen-Puschkin, die keine Erlaubnis für archäologische Grabungen erteilten. Boris Pharmakowski führte in der Folgezeit professionelle Ausgrabungen durch, bei denen unter anderem zahlreiche Inschriften und Skulpturen gefunden wurden. Bemerkenswert sind auch die Bronzermünzen in Gestalt eines Delfins. Da die Fundstätte nach und nach vom Schwarzen Meer erodiert wird, sind die Tage der archäologischen Ausgrabungen an diesem Ort gezählt.